Diese hier zum Kauf angebotene Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Eschborn. Das im Jahr 1964 erbaute Haus verfügt über sieben Etagen. Bei einer Wohnfläche von ca. 42 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 72.500 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.